Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist ja das FNCS Qualifier 2 und wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, sind ja alle anderen Cups aus dem FNCS Qualifier 2 für diese Woche ja ausgesetzt worden und wurden komplett abgesagt. Stattdessen haben wir jetzt halt nur noch Test-Events und ich werde euch in diesem Video zeigen, woran das Ganze liegt und was auch die Auswirkungen davon auf das FNCS Qualifier 2 jetzt sind. Wenn ihr in Zukunft natürlich keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, lasst euch auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne vom Gitch-Kanal vorbei, dort werden wir zum einen dann natürlich auch nachher das FNCS Qualifier 2 streamen und tragt euch auch gerne mein Creator Code The Aircraft im Itemshop ein. Der Bug, weshalb jetzt die ganzen Cups abgesagt wurden, hat etwas mit der Cray bzw. eben mal der Warteschlange zu tun, das heißt, wenn man in ein Match reinjoinen will, muss ich ja immer durch diese Warteschlange gehen, bis man dann ein Match immer zusammengefunden hat und da scheinen es irgendwelche Probleme zu geben, weshalb es eben nicht ganz so funktioniert und ohne diese Warteschlange kann man eben mal nicht in ein Match joinen und deshalb wollten wir dann eben halt jetzt die ganzen Cups absagen und wollen sich komplett darauf konzentrieren, dass das FNCS Qualifier 2 so gut wie möglich funktioniert, denn die FNCS wurde ja bereits schon um eine Woche jetzt verschoben, das heißt, wir haben immer keine Woche mehr Zeit dazwischen, eher zwischen den Qualifier 3 und den Semifinals und deshalb können wir es jetzt immer noch mal nach hinten verschieben, weil dann natürlich am Ende auch die neue Season dann rechtzeitig starten soll und deshalb versuchen wir das Ganze jetzt eben halt wirklich mit allen Kräften irgendwie noch hinzubekommen und dadurch konzentrieren die sich halt überhaupt nicht auf irgendwelche Solo-Cash-Cups, Trio-Cash-Cups, die immer deutlich unwichtiger sind und haben das Ganze ganz einfach durch Trio-Test-Events ersetzt, das heißt, dort werden wahrscheinlich sehr, sehr vielen von solchen Warteschlangen-Problemen entgegenlaufen, aber immerhin hat man eine Möglichkeit, da ein bisschen noch zu zocken, als kleiner Ersatz eben halt für die normalen Cups und vor allem heute eben halt noch mal zwei Stunden vor der FNCS selbst, dieses Trio-Test-Event, also das kann man natürlich auch gut und gerne spielen, aber wir werden eben keinen Solo-Cash-Cup jetzt erhalten und der Trio-Cash-Cup für nächsten Montag ist halt auch abgesagt worden, wenn ich es hinbekomme, dann sollte aber ab der nächsten Woche wieder alles ganz normal laufen, das heißt, dann wird ganz normal die Friday-Night sein, der Solo-Cash-Cup und der Trio-Cash-Cup wird auch ganz normal sein, es wird aber nichts irgendwie ersetzt, also diese Woche, die jetzt sozusagen ausgefallen ist, da gibt es halt kein anderes Datum, wann es irgendwie ersetzt werden könnte, deshalb ist es jetzt eben einfach ausgesetzt, genauso natürlich das Limited-Time-O-Tournament ist jetzt jemand auch nicht für diese Woche, genau wegen den gleichen Bugs, da gibt es aber nicht mal einen Ersatz, sondern es findet dann einfach nächste Woche statt. Dass es die Bugs natürlich auch in der FNCS gibt, muss natürlich jetzt, wo die FNCS trotzdem weiterhin stattfindet, auf ein paar Sachen dabei achten, denn wenn man halt genau diesem Error entgegenläuft, dass man halt nicht in eine Runde reinkommen kann, dann kommt man da auch nicht so leicht einfach durchs nochmal starten vom Game oder so rein, sondern man muss auf ein paar Sachen aufpassen und dazu hatte Epic Games einen Tweet, beziehungsweise fordern Competitive einen Tweet, die haben ja nämlich geschrieben, dass man für die FNCS-Runde 1, wenn man halt diesen Error bekommen sollte, Fail-to-Query-Tournament-Rules, dass man dann immer bis zu den 15 Minuten Intervallen warten sollte, das heißt bis zum Beispiel 19 Uhr, 19.15 Uhr, 19.30 Uhr, 19.45 Uhr, genauso natürlich mit 20 und 21 Uhr weiterhin, dass man immer auf diese 15er-Schritte wartet und dann eben halt, wenn diese 15er-Schritte immer erreicht sind, dass man dann erst das Game restarten soll und danach eben halt nochmal versucht, in die FNCS reinzukommen. Das ist anscheinend der beste Weg, um da irgendwie wieder reinzukommen. Es wird halt nicht so, oder zumindest anscheinend nicht funktionieren, wenn man halt das Game schon instant restartet, ohne eben halt auf diese 15 Minuten Intervalle gewartet zu haben. Der Vorteil bei dieser Sache ist aber auch, dadurch, dass diesen Bug eben halt jeder hat, hat am Ende auch wieder keinen wirklichen Nachteil, weil eben halt alle dann wahrscheinlich, oder insgesamt auf jeden Fall, der Punkt der Threshold, um sich immer zu qualifieren, etwas geringer sein wird, weil einfach nicht so viele Runden gespielt werden können und dadurch können dann eventuell auch etwas leichter qualifieren, auch wenn ihr selbst halt nur 9 oder 8 Runden gespielt habt, weil das halt einfach zeitlich dann am Ende nicht schafft. Also versucht auf jeden Fall, euch ja immer nicht komplett demotivieren zu lassen, wenn es immer nicht auf Anhieb funktionieren sollte, sondern versucht einfach, da die Runden, die ihr eben halt bekommt, zumindest als Practice zu nutzen, dass immerhin so oder so das Beste, was man eigentlich machen kann. Ansonsten müssen wir natürlich ganz einfach hoffen, dass für die FNCS Qualifier drei Wochen deutlich besser wird, dass man dort keine Probleme mit dem Matchmaking hat und dass generell dann auch die ganzen anderen Cups wieder stattfinden können. Ist halt schade, wenn es so einen Bug gibt, aber man kann am Ende eben halt auch nicht wirklich viel machen und wir müssen wirklich die Daumen drücken, dass sie einfach so schnell wie möglich gefixed bekommen. Und damit sind wir dann auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!